Hey Freunde, was für ein schöner Tag. Aber ich vermisse manchmal meine alte Heimat. Aber leider sind meine Eisschollen alle geschmolzen. Ich vermisse auch mein altes Bambus im Wald. Alles ist abgeholzt. Das stimmt, du Arme. Ich vermisse auch meine Eukalyptusbäume. Aber alle sind abgebrannt. So kann nicht weitergehen. Lass uns abhauen von dir. Das ist eine gute Idee. Lasst uns die anderen Tiere zusammentrommeln und eine Demo veranstalten. Ändert mal endlich was. Ändert es jetzt. Alles ist verknutsch. Wir sind uns zufrieden. Tiere sind toll. Ich ihr Politiker. Ich brauche euch. Hallo Steinmeier. Herr Frau Merkel. Ich will Sie ja ungern stören. Aber haben Sie das mitbekommen? Was mitbekommen? Na ja, dann haben Sie schon mal draußen für die Tür geguckt. Ach du meine Gute. Jetzt demonstrieren sogar schon die Tiere. Die Tiere sind verrückt geworden. Verdammt nochmal. Vielleicht sollten wir doch was machen. Jetzt. Du hast recht, Steinmeier. Wie wäre es mit einem Trickfilm-Workshop für Kinder zum Thema Umwelt? Krasse Sache, Angie. Haben wir doch wieder was gelernt. Kannst du mir den Bastelkleber geben? Ich will was mit Glitzer machen. Ich brauche das blaue Papier da. Hast du das etwa? Nein, ich brauche die Schere zuerst. Ich brauche das rote Papier. Nein, ich. Und die Glitzer. Und die alles. Steinmeier, hast du schon den Film für das Umweltprojekt gesehen? Ein riesen Erfolg. Ja, das war unsere beste Idee. Gut, dass die Jugend von heute so engagiert ist. Da ist was dran. Vielleicht sollten die Kinder lieber die Regierung übernehmen. Hey Leute, wir haben das geschafft. Es war eine gute Idee von uns allen. Ich finde gut, dass wir alle zusammengehalten haben. Einer für alle. Und einer für die Umwelt. Happy Herstelung! Happy Herstelung! Happy Herstelung! Herzlichen Glückwunsch!